Hey und willkommen zu unserem allerersten Gruppenchips-Tüten-Unboxing. Das ist Moritz und das ist Keks. Und ich kenne ihn auch. Ja, wir haben wieder hier ein hübsches Kartönchen, in dem sich wieder einmal ein uns gut bekanntes Tütchen versteckt, was wir jetzt auch am besten befreien würden, Moritz. Vielleicht machen wir das besser. Danke. Wie ein Skalpell werden wir das jetzt ja aufschnitzen. Kaffeein. Puffer King. So, jetzt das letzte bisschen. Und da sind sie schon. Fanny frisch. Wehe, wenn die nicht frisch sind. So, wir haben es hier mit Fanny frisch zu tun. Genauer genommen mit Currywurst-Style. Hey. So, dann will ich die Tüte aufmachen. Ich werde eben das. Riecht dir das? Ich frage mich auch, ob Sie es riechen können. Oh, ja, das riecht schön. Ja, es riecht ja schön. So. Ich will mir auch mal, um die Kamera mal zu zeigen, wie genau so ein Sübchen aussieht. Wie sieht. Sieht aus wie ein Chips. Ja. Sieht schön gewürzt aus, finde ich. Mecken auch gewürzt. Aber mir gefallen sie. Ja. Na, ich probiere mal zu Ende. Mach dir mal eine Bewertung. Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 gut ist, 10 mittel und 5 sehr gut, würde ich sagen 12. Wenn man die Wörter und die Musbigkeit beachtet. Das entspricht auch meiner Skala eine 7. Bei mir die 8, sag ich mal. Oh, 8. Mhm. Bin ich der Einzige, der meine Skala verwirrend findet? Ja. Ja. Okay. Okay, das war's dann. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.